N.H.R. 2018 und ich mache wieder mit, mit dem Wissen jeder meiner Gegner wird ihm nicht gefickt Schon letztes Jahr die größte Überraschung des Jahres, ich rasierte fast alles, sogar S-Cuts, Vitoris Und zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mal nen eigenes Style, kein Pfeil von Videos schneiden und später auch keine Zeit Ungelogen und jede zweite Aufnahme war verkackt und ganz nebenbei bin ich da noch zweimal aufgezogen Trotzdem immer alles gegeben, jeder ruht jetzt in Frieden, Double D Rivex, Lego, Mensch und Katze, XS, Cut und sogar Mace Master wurde misshandelt Warum sonst nahm James mein Beat gegen ihn im Finale, hä? Ramses weiß es selbst, ich hab nen ziemlich guten Beatgeschmack Und dieses Jahr hol ich James dank meinen Skiffs den Titel ab, bin stärker als zuvor Denn jetzt ist auch Routine da, Grüße an die Teilnehmer, ihr seid alle mieserhaft bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal